hallo wir sind im nohotel krakow city west zimmer 709 hier bin ich für mehrere tage das zimmer ist ausreichend groß ausgestattet mit einem großen doppelbett einem sofa schreibtisch mit steckdosen zwei flaschen wasser stand für mich auch bereit als lab club platinum mitglied auch ein kleines schreiben mini muffins und erzbeeren fernseher einen espresso kaffeemaschine wo ich dann wieder mein diplom machen darf was denn nun für espresso was für kaffee ist mit diesen bunten dingern wasser kocher tee löslicher kaffee alles da minibar komplett befüllt und lustigerweise abgeschlossen wird also wahrscheinlich nichts daraus entnommen werden können ein safe ist da den kann man selber programmieren mit einer einen pin code und wie man sieht zwei türen bad und toilette sind hier getrennt das finde ich ganz toll wir schauen mal ins bad mit einer großen dusche ausgestattet handtücher sind da waschbecken und natürlich auch duschgel und reife made in germany kann man nicht meckern ist ganz ok preislich war es auch jetzt nicht so teuer liegt etwas abseits man ist so mit dem bus circa 15 20 minuten unterwegs vom hauptbahnhof in krakau aus aber dafür spart man noch ein paar euro im vergleich zu den hotels direkt in der innenstadt und so weit ist es auch nicht weg von daher eigentlich ganz ok kann man machen kann man empfehlen